Digital Day, die Handelskammer Bozen in Zusammenarbeit mit der Messe Bozen und IDM Südtirol, bietet den kleinen und mittleren Südtiroler Unternehmen einen direkten Zugang zur Digitalisierung der organisatorischen und produktiven Abläufe in ihren Betrieben. Das Erste ist, offen zu sein, neugierig zu sein und einfach ausprobieren und mit neuen Technologien experimentieren. Die Handelskammer unterstützt die Unternehmen durch vielfältige Dienstleistungen bei der digitalen Umstellung, so zum Beispiel bei der elektronischen Rechnungslegung. Sie organisiert auch Weiterbildungen auf dem Gebiet der Digitalisierung und klärt über die Möglichkeiten des E-Commerce sowie über relevante Rechtsnormen für Webseiten auf.